Wenn er ihr Fleisch mit seinem menschlichen Körper verschlungen hat, dann ist er in der Lage, das Tor zur Hölle zu öffnen und alles, was wir kennen, hört auf zu existieren. Ihr könnt ihr nicht mehr helfen, aber vielleicht kann ich ihre Seele retten. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.